recht herzlich willkommen zur 119 folge von grand age medieval ja wir belagern hier noch die stadt läuft ne und wir sind hier bei 39 mittlerweile da kommen wir immer ein paar einheiten da unten müssen wir aufpassen dass man da guckt da sind schon wieder welche die da uns angreifen aber momentan läuft das eigentlich die sind schneller geschlagen da da kommt jetzt wieder ein einzelner speer wahrscheinlich und er holt uns immer die leute hier weg so geld 297 das ist gerade wieder ein bisschen mehr geworden vorhin waren wir schon mal bei 260 beziehungsweise vorhin in der letzten folge war das ja jetzt müssen wir gucken dass wir diese stadt mal übernehmen das läuft 37.000 eigentlich sieht es gerade ganz gut aus na ja die gehen auch kaputt jetzt mal 400.000 ich glaube wir können ab und zu mal eine einheit bauen weil unsere einheiten ja auch nicht so ach guck mal da sind sogar noch zwei dann kann man die mitnehmen die wollen wir da auch noch runter dann lasst das erstmal noch so laufen allerdings hier ist mir könnte nur wirklich wen ausheben machen wir mal zwei einheiten da unten noch und wo ist der kampf gerade das ist jetzt sind jetzt die zwei einheiten dagegen luchse kämpfen super ich sagen wollen wir hier noch eine einheit raus das soll aber dann auch reichen drückt man die falschen tasten aber ist alles gut die luchse sind schon nicht verkehrt hier unterwegs sieht man gerade wieder sind doch gegner die man nicht unterschätzen sollte ja das war jetzt der letzte luchs und ich gehe jetzt noch mal dahin aber noch welche drin auch wow nicht wenig na ja jetzt schön wenn hier die einheit fertig wird dass wir die noch mitnehmen können aber braucht die denn noch okay die braucht zu lange wahrscheinlich ja mal ist positiv für uns mal für die luchse jetzt die luchse wieder stärker aber irgendwann müssen wir mal erschlagen oder so weit ist es die einheit komplett noch raus das ist auch wichtig die müssen wir dann doch dabei schicken das klappt doch nämlich nicht jetzt nehmen wir schon hier gleich die oberhand haben sie schon kommen jetzt hier mal ein paar raus jetzt dauert zu lange na und zack zack unterstützt die damit die nicht alle sterben so jetzt sieht es besser aus ok und dann haben wir die erledigt und noch zwei einheiten da sind wir hier bei 30 sind wir gleich und da unten schon welche fertig eine einheiten jetzt mehr aufsitzen ok hier sieht es gerade ein bisschen knapp aus wird nicht lang dauern aber da sind schon weniger einheiten kann das sein rückzug wir reiten los genau alles klar aber die sind nicht irgendwo anders noch hingelaufen wo ist jetzt wieder ein angriff ok die einheit war da unten am kämpfen die haben wir jetzt gleich hier so gut wie da ja ist die einheit für die ist gleich verloren hat unterwegs leider jemand getroffen da haben wir vielleicht nicht einfach so los schicken sollen war blödsinn naja ist halt so 236.000 geld da oben und sind wir hier noch eine einheit die schicken wir mal besser hier hin guck da kommt wieder einer aber wir sind da besser diesmal aufgestellt ja wird nicht lang dauern und da lang gehen bitte das sind jetzt wölfe die nur noch angegriffen werden ja das ist ziemlich schwierig da ist wieder einer von diesen tollen speern die da immer alles ablenken die runden sind jetzt so viele einheiten toll oder würdet ihr mal bitte die elf höfe da kaputt machen das kannst du nicht sein jetzt hier oder wie es die haben so eine überhand mit dann wollen wir uns keine gedanken machen alle kaputt ja kannst du nur gucken dass du jetzt wieder aufrüstest und das ohne ende und dass du hier richtig kohle hast dass du da wirklich zwei millionen hast oder so oder drei millionen in petto reserve das war jetzt gar nichts ja super oder das ist ärgerlich nirgends wo einheiten mehr oder weg ja ist so denn da läuft wenigstens was mit dem läuft der auch na der läuft auch so jetzt wird hier schon die nächste stadt angegriffen oder wie sehe ich das aha wieso steht da noch eine einheit ach das ist die die wir von da unten geholt haben alles klar ja die werden wir jetzt auch noch gleich verlieren gar kein ding mindestens das geld wieder am steigen das ist mindestens etwas ja da müssen wir überlegen was wir machen das ist ja jetzt auch nicht das ziel gewesen wo ist denn jetzt eine einheit rausgekommen und auch gerade gejingelt oder hier oben noch eine ne machte doch ding was sollen die da updaten das klappt auch nicht alles klar da ist noch eine einheit ok 188 kämpfer die würde ich am liebsten jetzt mal hier hinstellen weil da immer was los ist ne wie kam die jetzt dahin warum da ist schon wieder einer die hab ich doch gar nicht angestoßen oder sind die noch vorletzt war dran könnte natürlich sein da läuft jetzt aber nichts mehr ne oder doch auch noch einer ah da hatten wir keine truppen deswegen konnten die nicht bauen wahrscheinlich das könnte natürlich jetzt gewesen sein ne das ist ein einheitenfilter ok da kommt jetzt verstärkung ja das sieht gut aus die haben wir gleich geschlagen aber da kommt ein nachschub von denen vielleicht oder aber da kommt zu spät wenn ok was ist das jetzt ja dann ziehen wir die nur nach sicher ja jetzt der gegner hat die überhand gewonnen hier das konnte mit noch mehr einheiten ok das kriegen wir auch nicht mehr hin dann glaube ich lassen wir die besser da stehen weil das bringt jetzt auch nichts mit die laufen in tod wenn ja weil schützen wir vielleicht eher die stadt ein bisschen ja doof gelaufen ne number 480 ok könnte mehr sein ne die stadt haben wir nicht übernommen sah wirklich gut aus zurzeit aber dann kam der mit mal mit einer macht von leuten die er dann produziert hat wahrscheinlich und dann war es das für uns wieder ne hm eigentlich müssen wir nur die stadt übernehmen oder wie war das tja na die kriegen sie auch nicht gebacken die straße da zu fertigen ne 15 dingen zählt da wo müssen wir das hinbringen hier wenn handel aber wir haben auch nichts da ne produktivität übersicht eigentlich läuft aber es ist aber nicht das richtige ne was mit der statu ok super bauwerk braucht keiner bauhof kloster ruckanlager schauen ist da ne und das kann man ausbauen palisade könnte man da bauen ok aber warte mal die palisade würde ich dann aber woanders bauen wollen das haben wir ja nie gemacht oder wie sehe ich das dann sollten wir hier mal reingucken ne hahn depot kontor mauer hier geht das nicht weil holz fehlt wie sieht das hier aus fehlt da auch holz da fehlt dann auch holz ok ok jetzt würden wir das mal bauen nicht wirklich das ding oder Die Mauer, das wäre schon interessanter, ne? 40% Bildenmeister, so wird diese Bonus hier doch reduziert, okay. Wer sind denn Bildenmeister? Wer sind denn die, die wir hier ausgebaut, äh, ausgebildet haben? Der ist von Axtkämpfer. Ne, die bilden wir jetzt nicht aus, wir wollen erst Geld haben, aber 410 haben wir. Passiert dann noch, das ist die Frage, ne? Hier sind wir abgeschnitten. Ja, schwierige Sache hier, ne? Muss man einfach sagen. Ja. Geld ist gerade schlecht. Wohl, es kommt ja gleich irgendwo der Händler an, der das Geld mitgenommen hat, in Anführungsstrichen, und der sollte dann mal ein bisschen was machen, ne? 340. Ja, 380, 390. 420. 440, 440, 440, das ist die Frage, wie ist nun was Not? 440, das wird gerade nicht 500.000, ne? Da fehlt's ein bisschen dran. Da müssen wir auch ein bisschen mehr Geld auf die Kante schaffen, aber ich denke mal, für die Folge soll's auch erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss. Tschüss. Tschüss.